Hallo Leute, was klappt und willkommen zurück zu einem weiteren Vlog von AyoWalkiGamaster. Leute, heute reagieren wir mal auf Alphabet, Leute, so wollen halt alle Alphabetlo-Buchstaben so kämpfen, oder nicht kämpfen alle. Wir werden halt alle Alphabetlo-Buchstaben sehen, die sich halt auch super kräftig bekommen und uns dann auch wohl, oder FC wohl gefangen nehmen, Leute. Leute, wir werden sagen, hier, das geht fast 6 Minuten, Leute, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Buchstaben, dem A, weil die Sälftespiel auch nochmal vor am Anfang. Deswegen, Leute, wir fangen an. Hier mit A, A, K, A, A, und Leute, das sieht ja B, B ist einfach so ein Schmetterling, wie das, was so fliegen kann, und C, C, D. Und jeder Charakter hat da wohl eine eigene Geschichte, also irgendwie so ist das wohl, Leute. Und die, was? Warum ist das F, das F ist da noch gar nicht dran, Leute. Also A, B, C, D, E, also nach C kommt eigentlich erst das E, Leute. Also ne, nach D kommt erst das E und jetzt auf das F, Leute. Jetzt hat die sich einfach vorgedrängelt. Jetzt macht ihr das nicht fertig? Aber, okay, jetzt kommt das A, also erst dann die richtige Geschichte. Okay. Okay. Okay, das ist so die, also die Höhle vom F. Achso, Leute, sorry, wenn das nicht im Hochformat ist. Das geht, glaube ich. Oder es geht leider nicht ein anderes Format. Das ist wohl irgendwie so gefilmt, Leute. Ich hoffe, euch stört das nicht. Okay, warte, was? Hier werden alle Buchstaben festgekettet. Das L, das C, das G war, glaube ich, auch gerade da. Oder habe er auch kurz gesehen? Oder warte, ich glaube, er hat doch was gegen alle Buchstaben, die vor ihm drankommen. Der stimmt, also alle Hälter bei sich gefangen, die vor ihm drankommen. Oder wohl auch andere Buchstaben, die irgendwie lieb sind. Okay, Leute, das ist das G. Was ist? Das ist alles so geblasen. Das ist so mit seiner Trüte, das Trompete. Das ist einfach so, so reingeblasen. Also, Leute, jetzt kommen alle, jetzt vereinen sich alle C, A und das B. Ja, tatsächlich, jetzt kommt das B, da angeflogen. G, C. Oh, Leute. Jetzt werden die zu so einem Taxi, also die fusionieren sich jetzt so. Ja, doch, die machen so eine Fusion jetzt. Und dann sind sie halt so ein Taxi. Man sieht sie auch in den Augen da. Und damit fahren sie jetzt wohl zu der Höhle vom F, Leute. Okay, jetzt kommt das Haar. Oh mein Gott, was macht das? Der hat mir jetzt einfach gefressen unter den Türen. Der hat mir jetzt einfach dann ausgefurzt. Der hat einfach, als ob der das einfach aufgefressen hat. Ihr habt es gesehen, einfach der hat das gefressen, das Haar. Aber, warte, kommt H vor dem F? Vielleicht, glaube ich nicht, oder, Leute? Eigentlich müsste er, also rein theoretisch, müsste er doch nichts gegen ihn haben, oder? Vielleicht hat mich drei, keine Ahnung, Leute. Wie? Ist er das jetzt auch auf, oder wie? Hä? Nee, er drückt das Blatt jetzt wie... Ja doch, über Disney Pixel, diese Lampe, die auch so ein Irrblatt drückt. Und... Hä? Mein Gott, was? Ist das J? Okay. Und das ist das K? Warte, das F. Okay, das ist schlau. Das F benutzt, ist das K einfach als Flügel. Also schon schlau, Leute. Ich glaube, das L bekommt das mit super Kräften. Da kommt die vom Ball und jetzt auch so super Zeltzeit, den Haar oder wie. Und das M, oder? Ja, ja, er verwendet sich das auch, Leute. Da kommt das halt auch so schlau, also so schwarze Haare, die so nach oben stehen. Und das M, okay, jetzt verwandelt sich das jetzt auch hier und was auch für super Zeltchen. Ja, sieht fast so aus, Leute. Ja, er kriegt halt auch genauso Haare. Hä? Ach. Ist halt das F einfach weggepustet. Also, wenn das N sich wirklich da so verstreikt, ist, dann wäre sie wirklich feige. Also das N wäre dann feige. Oh, das O. Oh, ja, das O. Das ist so, das ist so feift. Okay, das ist das F, das I. Stimmt, das F oder das I gerade empführt hat. Das F hat seine Kräfte und er benutzt immer noch das I. Und du siehst, das F benutzt irgendwie immer noch das I. Und jetzt sieht daraus seine Kräfte. Okay, das O auch jetzt mit dieser Kette. P. Oh. Oh, Leute, ich glaube, das G hat sich in das P verliebt. Und irgendwie kehrt wohl auch, okay. Das wird, ihr seht, das P verwandelt sich jetzt auch. L, M, N, U, P. Ja, wie im Alphabet, als wie im Alphabet liegt das. L, M, U, P. Und dann dieses Taxi. Oh, das Kuh ist einfach so lahm wie eine Schnecke. Er hat das auch gerade gesagt, Kuh. Hä? Was, er hat seine Superkräfte verloren? Okay, Leute, das ist sehr merkwürdig. Und auch sehr schlecht. Ja, genau deswegen. Oh, jetzt hat das F die Superkräfte irgendwie bekommen. Er hat auch keine Superkräfte Oh Okay Toll, jetzt hat das N keine Superkräfte Und letztes Ding ist, es kann ja wohl nicht mit ihm kämpfen Hm Hä? Haben Sie gesehen? Das handelt sich jetzt mal zu so einer Karte Ich dachte erst, es wäre ein Teppich Aber Leute, es ist eine Karte Map S, äh, F Okay, jetzt fangen die mit dem Taxi dorthin Das Kuh Kommt natürlich nicht hinterher, wer zu langsam ist F Jetzt hat er das auch noch gefressen Und oh mein Gott Was passiert jetzt? Ihr seht, das löst sich der S-B-Kuhn auch Er wird auch noch Superkräfte Oh Hat er von drei Buchsam die Kräfte Das T Oh, dass er jetzt so eine V verwandelt hat Warte Leute, jetzt kommt das Taxi Mit der Karte R, F, S Oh Das FS-Agro, Leute M Okay, er verwandelt sich erneut Oh, was ist das P-A-Hu-Germann-Ton? Oh, was ist das P-A-Hu-Germann-Ton? Oh, was ist das P-A-Hu-Germann-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-T Okay, oh mein Gott, ich glaube, oh nein, wird das Zeh jetzt sterben? Ich denke, dass sie überlebt. Ich glaube, nein, das Zeh ist gestorben, oder? Er hat wirklich das Zeh gegessen. Und jetzt sind sie alle traurig, weil jetzt hier der dritte Buchstab tot ist. Oh nein, das B ist auch tot. Nein, das Zeh ist zerrissen, aber die Augen sind noch dran. Vielleicht kann sie irgendwie wiedergelebt werden. Oh, das U. Vielleicht kann das U ja alle retten. Ich hoffe, das U kann alle aus dem Schlamassel befreien. Okay, sie haben irgendwie bisher geguckt, oder? Jetzt kommt das V. Oh, das wird direkt vom S eingeschüchtert. Ich glaube, das B ist auch tot, oder? Okay, das G ist jetzt zerrissen. Das F. Das F macht Kaugummi, ist wohl aus, also mit dem Stoff von dem P. Also, wenn das P auch größer ist, wenn er es gegessen hat. Okay, da ist nochmal die Höhle. Das W, das irgendwie so doppelt ist. Das O, nein, wir werden jetzt alle dort gefangen gehalten. Das A, das A, das R, das D. Okay, was, die faszinieren sich. Aber nicht, ist das M, das A. Okay, Leute, das C ist also doch noch nicht tot. Es lebt hier doch noch. Das ist doch gut. Das ist B. Oh, mein Gott. Hört sich ein bisschen an wie eine YouTube-Kacke. Sind ja formalierende Moen. Hey, warum bleiben die stehen? Achso, die haben jetzt auch die Höhle von dem F entdeckt, weil sie alle Buste haben gefangen. Alle außer sie. Der Gastbuch kommt wieder nicht hinterher. Das kann sich einfach mal verwundertfachen. Der Klo schützt über eine Million Mal. Ja. Nein, das X ist tot. Das X ist tot, oder? Was ist das, Alter? Dieser Van kommt jetzt rein. Jetzt endet er sich auch in die anderen Buchstaben, weil das hier die Kräfte von denen waren oder sind. Oh, der findet jetzt alle Kräfte. Okay, komm, ist das 1 gegen 1, Leute? Das ist C, das P, das wirklich kaputt ist. Das war heute, jetzt wird es benannt. Okay, Leute, hat ihr das F jetzt vernichtet mit diesem Regenbogen? Leute, was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, ja oder nein? Oh, Leute, ich glaube, sie sind alle tot, oder? Sind die jetzt alle tot? Das F ist tot und auch die Buchstaben, die haben die gefangen genommen. Das sind jetzt scheinbar tot. Egal, Leute, wir werden es in ein paar Minuten erfangen, sondern ein paar Sekunden. Wir gucken jetzt weiter direkt. Oh, oh, das ist gut. Ich glaube, das Kuh ist auch böse. Was habe ich denn jetzt gemacht? Sind das alle zu Babys geworden, oder wie? Ja, ich glaube, wer hat jetzt alle irgendeinen Babys verwandelt, oder sind das jetzt die Nachfolger? Also das ist jetzt ein paar Jahre später, oder wie? So, nee, das sind jetzt noch die Erwachsenenwässerung von den Buchstaben. Was, sie frizillieren sich jetzt? Was, sie frizillieren sich jetzt? Jetzt lachen die alle außer das Haar. Das Haar ist gestorben wegen dem Geruch, weil der Geruch wird so heftig. Na, heftig war? Okay, das ist ein bisschen brutal. Okay, jetzt haben wir alle ihre Kräfte verloren. Das Haar ist gestorben. Ich glaube, dass Effi das wohl weggezimmelt, weil das Baby-Effi doch auch so böse ist. Aber ganz so haben die sich seit der Kindheit wirklich so gemocht. Oh, versteht das jetzt nicht. Ich glaube,hijokokokokokokokokokokokokokokokokokokk Juuuup! 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 Seht ihr das Kuh ist jetzt auch einmal ein Baby? Das ist ja... Du hast diesen Zauber auch in ein Baby verwandelt. Juuuup! 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 Das sind alle Babys. Juuuup! 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 Juuup! Juuup! Juuuup! 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 Das war es auch schon mit dem Video. Das Z noch. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesehen. Animation oder Löch. Doch, wir haben es glaube ich mal gesehen. Oder weiß ich nicht. Oder haben wir es nicht gesehen. Ich weiß nicht. Na ja, auf jeden Fall Leute. Es ist jetzt zu Ende. Ich würde sagen, ich werde in diesem Situ. Es ist jetzt um die Spät. Ich gehe jetzt schlafen. Ihr solltet auch mal besser schlafen gehen um diese Uhrzeit. Leute, dann würde ich sagen dann. Leute, bis zur nächsten Folge. Und Peace out.